Mir ist nichts bekannt darüber, dass in so einem großen Stil mit so vielen Leuten mit solcher modernen Technik im Hintergrund eine Molluskensammlung momentan erschlossen wird. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Hier wird gerade die ganze Trockensammlung des Museums erschlossen. Wir haben hier ungefähr 250.000 Lots. Das sind die Sammlungseinheiten, mit denen wir hier in der Molluskensammlung umgehen. Wo auf den ersten Blick man denkt, es ist ein Sandkorn. So klein wird es und wenn man davon dann ein Röhrchen oder eine Schachtel voll hat, kann man raten, wieviel man hat. Es hat keiner gezählt. Deswegen haben wir ein paar Millionen Objekte, aber wir wissen natürlich nicht, wie viele. Wir wissen es vielleicht demnächst, wenn unsere Digitalisierung hier einmal durchgegangen ist. Grundsätzlich haben wir einen Überblick und den wollen wir aber gerne teilen. Sowohl physisch als auch digital. Also, dass wir unsere Objekte da nicht verstecken in internen Datenbanken, sondern sie wirklich auch in internationalen Portalen ausspielen. Für jedermann. Alle diese in einer Kiste befindlichen Muscheln oder Schnecken haben gemeinsam, dass sie an einem Ort gesammelt wurden, zur gleichen Zeit vom selben Sammler. Das Ziel ist einfach idealerweise, möglichst alle Individuen sichtbar zu machen. Hier haben wir jetzt diese drei Schnecken rausgesucht, die das Lot am besten repräsentieren. Wichtig ist die Sicht von oben, weil die Fotos von oben gemacht werden von der Maschine. Und dementsprechend haben wir hier die Vorlage, damit die Fotos später verwendbar sind. Das ist eine Scan-Station. Im Prinzip befinden sich da drin vier Industriekameras. Drei davon sind zum Stacking in der Lage. Stacking ist die serielle Aufnahme von unterschiedlichen Bildern mit einem unterschiedlichen Fokus. Und am Ende werden diese Bilder zusammengerechnet zu einem super scharfen Bild. Die Etiketten werden mit fotografiert. Da befinden sich die wichtigsten Daten überhaupt drauf. Gattung, Art, Fundort. Und dann kann die Maschine loslegen. Was wir jetzt sehen, sind die fertigen Bilder. Einmal das One-Shot-Überblicksbild für die Label. Das kommt alles in unser Datenportal. Und dort kann man dann recherchieren, von welcher Art es wie viele Individuen oder wie viele Lots hier in der Sammlung gibt. So hoffen wir auch, dass wir mit der Digitalisierung jetzt wieder eine Grundlage schaffen dafür, dass man 100 Jahre lang effizient, schnell das mit der Sammlung machen kann, was man dann machen soll, nämlich Wissenschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017